So Leute, ein Part muss dann doch noch gehen. Wichwob hat mir keine Ruhe gelassen. Er wollte unbedingt zeigen, wie man den Endgegner hier nicht macht. Oh, dann mach, damit wieder keine blauen Fahnen auf dem Endgegner sitzt. Jetzt soll er auch die Chance haben zu beweisen. Oh mein Gott, wieso sind es immer Spinnen? Ja. Ja. Demons, das hast du sehr gut bewiesen. Die Idee war richtig. Ja, richtig scheiße war die Idee. Du musst ihn dagegen werfen. Ja. Du musst von unten dagegen werfen. Nimm das Hass und spring dir von unten an. Ja, hab ich ja versucht. Aber sie ist... Also so in der Art. Ich hasse Spinnen. Ich hab eine Arachnophobie. Komm her. Ja, spring dir einfach von unten an. Dann spring dir noch... Ja. Hab ich. Von unten gegen das dicke Kinn. Ach so. Moment, dafür bin ich... Ich lebe schon mindestens eine halbe Sekunde länger als du. Spring dir einfach... Du hast das doch über dem Kopf. Dir passiert nichts. Ja, ja. Sagst du so leicht. Dann lass du mich aus, wenn ich sterbe. Das sowieso. Ja, siehst du jetzt aus. Tschüss. Soll ich dir eine Anleitung schreiben? Ich weiß schon, warum wir 20 Leben haben. Noch. Warum darf ich mir eigentlich... Immer das fast von seinem komischen krummen Rücken holen? Aber wenn ich das über den Kopf hätte, wäre es einfacher. Ja, natürlich. Selbstverständlich wäre es dann einfacher. Ganz einfacher. Ich bin dafür mit Hauschen im Nächsten einfach mal. Da, siehst du? Ja. Es ist... Gibt... Können wir irgendwie sagen, wir spielen hier einen Hard-Mode von Dixi-Kong, oder? Ja, ja, ich hab extra einen Heck davon erstellt. Der ist jetzt eigentlich unverwundbar. Eigentlich muss man nämlich schon einmal auf den Kopf springen bei dem. Ich kann mich hier nicht mehr halten von... Ach, hör mal auf. Jedes Mal in der ersten Aktion zu sterben, Mann. Ich tausche demnächst einfach Charaktere, würde ich sagen. Niemals. Doch, doch. Nein. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Unter dem Meer. Hoch. Und genau. Und das Ganze machst du jetzt noch drei, vier Mal. Ohne dabei getroffen zu werden. Soll ich das denn schaffen? Ja, der schießt, der schießt. Ja, was? Nicht saßen. Du tüffst dich doch. Nee. Tüffst du nämlich nicht. Hab's schon gesagt. Äh. So, komm her, Spinnen-Mensch. Ja, bitte nicht das Fass abschießen. Nein. Komm runter, Spinnen-Mann. Bounce. Komm her, Spinnen. Hui. Aha. Ja, das sind zu viele. Oh, dich. Das sind zu viele, hallo. Wie viele? Ja, grüne Punkte. Flumis, ja, da könnte Flumis rotzen. Noch weg? Der macht meinen Fass kaputt, ich sehe es schon kommen. Nein, nein, nein. Ja, die Sisse. Ich muss dich gegen springen. Und wer ist das jetzt in einem blöden Kommentar? Meine Güte. Ja, warum bin ich jetzt gestorben? Sorry. Also, er hat einen bestimmten Faden, den er so... Ja, so. Jetzt kann ich nicht mit dem fetten Arsch, Kinder. Sorry. Aber, ey. Ich spring auf seinen fetten Rücken. Krummrücken. Aus welchem Grund haben wir den... Was? Aus welchem Grund passt er eigentlich noch mit dem rum? Was? Aus welchem Grund laufen wir eigentlich mal mit dem dicken Kind rum? Darauf auch passen müssen, glaube ich. Ja, und deshalb laufen wir einfach mal in so ein Spinnennest rein. Ja. Und wenn ich auf den Aufpasser gehe ich hier zu der alten Oma da in der Speicherhöhle und sage, hey, pass mal auf auf. Dann kann die Alte meinetwegen sich mit Spinnen verglügen. Aber doch nicht mit so einem kleinen dicken Kind. Das größte ist als so ein erwachsener Affe. So, der macht jetzt wieder mein Fass kaputt, pass auf. Nee. Der macht erst zum nächsten Mal, ne? Schöner Kinnhaken. Schöne Linke. Starke Uppercut. Oh. Fungi. Fungi. Auf den nicht rein? Genau. Bete den an. Ahaha. Oh Mann. Aber ich bin mit dem Anlauf reingelaufen. Für den zweiten Entgegner. Was soll denn King K. Rool nachher werden, wenn es den hier überhaupt gibt? Der, ja, da leg ich einfach die ganze Zeit auf den Boden. Verraten lieber nicht und spring auf seinen Rücken und versuch mal bitte nicht immer an der gleichen Stelle zu sterben. Jetzt nicht an seinem linken Bein sterben, bitte. Ja. Ja. Ich werde hier eine Stoppuhr demnächst. Nach dem nächsten Part werde ich eine Stoppuhr einbauen. Wie lange es dauert, bis du stirbst, während du am Spielen bist. Ja, nicht mal da oben bleiben. Und tot. Tschüss, Garten. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich treffe mich ja wenigstens einmal oder zweimal, bevor er mich killt. Schieb das Fass über dem Kopf. Ja, ich schieb's nicht immer auf das Fass auf dem Kopf. Doch. Nein. Doch. Darf habe ich spinnend Angst. Vor allem, ich spinn mit Stoßhörnern. Oder so. Ja, die sind krumm wenigstens bei denen. So. Komm her. Hau rein, Frodo. Ja, so sprach schon Gandalf zu Frodo. Hau rein. Hau rein, Frodo. Bring den Ring weg. Tu mal Ring. Och Mann. Ja gut, der war halt schwer zu sehen. Denkst du, dass der gerade auf dich zukam? Ach, die Grünen darf ich nicht berühren. Ach so. Wie, du hast den nicht berührt. Guck dir den Teil nachher nochmal an. Ähm, ich hab den Ja berührt. Linkes Bein und Tod. Ah, ah, ah. Oh Gott, wir werden hier 75 Spas brauchen, wo andere 10 brauchen. Für den einen hier? Nein, für das ganze Spiel. Sag mal, kannst du auch mal die Y-Taste gedrückt halten? Vielleicht, damit du schneller läufst? Dann sprichst du auch weiter. 1, 2, 3, 4 auf den Tasten stehen. Ja, jetzt hast du ja Zeit. Guck dir deine Tastaturbelegung an. Ja. Da steht 3, 4, 1, 2. Aber noch verkehrt rum, weißt du? Ja, das ist deine Zellweise. Danke, Herr Seitek. Mach dir keine Werbung. Keine Werbung. Da steht nur zufällig drauf. Ja. Das ist ein Nachname, ne? Seitek. Wischmup Seitek. So, komm her. Meine Beitnamen sind dann analog und digital. So, komm her. Keine Haken. Ja, Krodo. Hey, hau rein, Krodo. Ich weiß ja nicht, wieso die damals einfach direkt mit dem Adler geflogen sind, mit dem die abgeholt worden sind. Kein Bock. Wär dir langweilig. Dann hätten die den... Was hat mit dem Adler einfach so über den Vulkan zu fliegen? Ich warte einfach. Oh, komm Krodo, begleit uns. So. Und, 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 und. Hoffentlich, das ist das letzte Mal. Jawoll. Kein Wasser. Unser erstes Item. Oh Gott, und das nur noch sieben Minuten. Das ging ja. Nur. Noch gut. Geht, ne? Sieben Minuten ist coole Leistung. Aber weglings durfte es auch mal einen Endgegner machen. Ja, mal machen. Blunders Bude. Ja. So viel Zeit muss sein. Hallo Waschbär. Ich beobachte dich schon einige Zeit, Kitty. Ich heiße Plunder, doch du darfst mich sehr... Ja. Du meinst also... Warum beobachtet ihr Kinder? Das ist der Pädobär, das siehst du doch. Ups, jetzt habe ich mich wohl verplappert. Tschüss, Pädobär, der Shield. Oh, was geht das? Hab ich euch schon mal gedacht, dass das Spiel ja jetzt totale Dreck ist? Ich glaube auch. Wie viel Zeit haben wir noch? Zwei Minuten. Also mit deinen fangüsten Kürzen sogar noch in Funkys Rentals reinkommen. Mach ich jetzt auch. Schön, pack mal rückwärts ein. Jetzt werde ich erst mal unser Motorboot pippen. Pipp mein Boot. Pass auf, mir ein Fliegen. Abgefahren. Genau den suche ich. Kannst doch weitermachen. Also, Kitty. In ein paar Sekunden hast du das abgedrehteste Gefährt, das die Welt je gesehen hat. Ja, ich nehme dir das Kaster. Säge ein bisschen. Ein bisschen Impression und so. Hovercraft. Und die Hovercraft. Ja, und da ich ein Kind bin. Ein Baby, mit blauen Anzug. Darf ich erst mal eine Runde Hovercraft fahren? Ja, Logo, weil Kinder machen das halt so. Das ist das Ding aus dem Vorspann. Bounce. Bounce. Steig aus. Ja, eine Höhle. Die kommt. Steig aus. Oh, jetzt muss ich wieder merken. Grün. Gelb. Blau. Gelb. Grün. Grün. Gelb. Blau. Gelb. Grün. Ich kann was. Ich kann was. Ja, die fünf Farben in Folge merken. Das ist schon sehr eine der... Ja. Aber ich hab einen Bananenzogel geholt. Du kannst von mir aus einen Bananensucher holen. Den sowieso. Ja. Oh Gott, keiner versteht, worüber Hippie hier redet. Ja. Ist nicht schlimm. So. Ey, wir können es aussuchen. Wo gehen wir hin? Ja, bitte nicht zur Fabrik. Die machst du nämlich eh kaputt. Okay. Dann gehe ich hier in die Höhle. Okay. Baboon. So. Oh Gott. Du's hüttest? Nee. Ja. Ich kann es nur so noch sagen. Ja. 30 Sekunden kann ich dir sagen. Eigentlich eine Minute. Was hast du schon gesagt hier? Oh. Hallo Kitty. Wie geht es dir? Yo Kitty. Du hast kein Geschenk dabei. Also verzieh dich. Der ist wieder in seinem Sock. Was ist das für einer? Der hat immer gewonnen. Der hat mir ein Geschenk. Okay. Auf jeden Fall. Wir machen in dieser komischen Welt hier beim nächsten Mal weiter. Ja. Also demnächst wieder werden wir Zeit finden. Ja. Ja. Und bis dahin verabschieden Sie sich, Wischmob. Und? Lebt Mesaphir. Stimmt. Ich muss meinen eigenen Namen sagen. Alles klar. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Gott. Das sind immer auch schwere Worte. Du bist so spannend. Schön.